Wegen dir hat niemand mehr Respekt vor Team Rocket! Wenn das so weitergeht, können wir dem Boss nicht mehr unter die Augen treten. Das bedeutet, dass dir jetzt eine ordentliche Abreibung bevorsteht. Oh nein, bitte nicht! Hey, lass mich in Ruhe! Nicht so schnell! Hä? Was ist denn jetzt los? Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Pokémon Let's Go Pikachu! Hier auf Katze, der Kanal für Kinder. Und schaut mal, wer ist denn da, der kleine Bengel? Erstmal holen wir uns einen Pokéball, fünf Pokébälle. Trifft sich super! Doch, wer ist dieser Knirps? Hallo Knirps, wie geht's dir? Oh, er hat uns gesehen. Hey, wer bist du? Ja, du, die da so ziellos mit vielversprechenden Pokémon rumspaziert. Äh, ich? Ich bin Katze. Katze? Katze ist ein Tier. Du heißt Anders. Ich bin Katze! Nein, bist du nicht! Ich bin Chris! Und das ist Diktar. Jus! Okay, Christine, zeig, was du kannst. Du bist zwei Flug-Pokémon und Diktar kann Steinwurf oder Steinhagel. Aber, ich denke mal, dieses Diktar von Chris kann das nicht. Doch, ich kann das. Ich kann sogar Schaufler. Tschüss! Ähm, Chris, aber, wie willst du mit Schaufler treffen, wenn ich doch fliege? Oh, stimmt. Also, da hab ich mir jetzt zu wenig Gedanken gemacht. Tja, Chris, mein guter. Schaut mal, hat keine Wirkung. Christine, Flügelschlagattacke! Pam! Sehr gut gemacht. Oh, das war's dann wohl mit Diktar. Äh, Manu. Egal. Vielleicht beim nächsten Mal. Ah, nee, ich hab noch was. Was? Da hat ein Ibitak? Okay. Sollen wir? Kommt. Wir rufen Georock. Das hat sich in der letzten Folge erst entwickelt. Wir möchten damit kämpfen. Georock ist irgendwie cool. Schaut mal, das ist Georock. Georock! Mit vier Armen. Und Ibitak. Und schaut euch mal die Füße. Schaut euch mal die Füße von Georock an. Georock hat die putzigsten, die coolsten, die süßesten Füße von allen Pokémon. Das sind einfach so Steine, die aber trotzdem beweglich sind. Also, Gummisteine. Ich weiß nicht, wie das erklären soll. Ihr seht das schon. Oh nein, Ibitak! Oh nö! Teppichtörtchen! Du hast es einfach so besiegt. Ja, ich hab ein paar Steine geworfen. Macht das bitte nicht nach. Hamsterstephan erreicht Level 19. Und Chris wurde besiegt. Schnell und präzise besiegt. Na toll. Hier, drei Pokébälle kriegst du noch. Toll. Toll, toll, toll. Ich bin so frustriert, dass wenn nicht mal mehr die Tränen kommen... Okay, es tut mir leid. Hey, es war ein Pokémon-Kampf, ja? Ähm, dein Pokémon ist nur K.O. Bring es einfach ins Pokémon-Center und dann ist es wieder gut. Wie geht's dir eigentlich, Georock? Georock freut sich, Cindy begegnet zu sein. Ja, letztens hab ich meine Schwester getroffen. Ganz genau. Und hab mit ihr einen Pokémon-Kampf veranstaltet. Deswegen sagt das anscheinend Georock. Und da ist ein Nidoriner. Und Nidoriner haben wir, glaub ich, noch nicht gefangen. Das ist also unsere Chance, einen Nidoriner zu fangen. Pokéball, komm! Bitte fang ihn! Großartig! Der Wurf war schon mal super. Und? Und? Ja! Direkt der erste Wurf, obwohl ich von Superball auf Pokéball gewechselt habe. Mal sehen, was der Pokédex gleich zu sagen hat. Annalena erreicht Level 16 und versucht, Stachelspore zu erlernen. Ich liebe Stachelspore, das wisst ihr ja bereits. Ich liebe es, meine Gegner zu paralysieren. So, was nehmen wir raus? Superschall. Ist ja Superschall. Aber ich brauch's nicht. Nee. Annalena hat Superschall vergessen und lernt Stachelspore. Spore. Sehr gut. Achtung, Pokédex-Eintrag. Nidoriner, während es sich in seinem Bau aufhält, zieht es seine Stacheln stets ein. Damit signalisiert es, dass es entspannt ist. Naja, so viele Stacheln hat Nidoriner nun mal auch wieder nicht. Naja, egal. Okay, dann würde ich sagen, oh, ein Radikal. Unsere Reise geht weiter, meine Lieben. Hier gibt's den Hinweis. Wenn euch Pokémon gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze. Der Kanal für Kinder. Unsere Community wächst und wächst. Das finde ich toll. Danke an jeden da draußen. Vor allem auch an die vielleicht etwas älteren Zuschauer, die aber sagen, hey, ich unterstütze das. Kindgerechte Inhalte. Finde ich toll. Man tauscht sich untereinander aus. Wunderbar. Wirklich. Ich bin total begeistert. Aber dazu im Laufe des Jahres auch mehr. Ho, 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 ho. Ein aufgewecktes Mädel. Wollen wir ein Kämpchen wagen? Ho, 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 ho. Ach was, du doch nicht. Ey, jetzt. Okay, jetzt übertreib nicht. Ich bin, wie heißt der? Harunobu. Hey, lache aber nicht über meinen Namen. Ho, ho, ho. Okay. Ein Menki setzt so ein. Ich glaube nicht, dass das so die gute Wahl ist. Denn eine Flügelschlagabteilung sollte es eigentlich besiegen. Denkst auch nur du, Menki. Halte den Angriff aus. Toll. Oh, ho, ho. Eigentlich habe ich nichts mehr zu lachen, nicht wahr? Äh, nee. Also weniger. Christine erreicht Level 29. Super. Pam. Und es gibt Erfahrungspunkte. Schwarzgut Horunobu. Ui, 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 ui. Das sagt er. Und wir erhalten drei Burgerbälle. Danke. Hanobu Bulukulukuchuku Wie auch immer du heißt Oho, du bist für mich aufgeweckt So sollten alle Kinder sein Stimmt, manche Kinder sind leider etwas faul in der heutigen Generation, aber eigentlich ist es in jeder Generation so, also ich weiß nicht, warum man da immer von Generationen spricht Hallo, liebe Dame, sie schaut zu, wie ich mit meinem Gerog spreche Mein Gerog ist immer so hochmotiviert und folgt mir vergnügt So, diese Picknickerin hat sicherlich tolle Sachen, übrigens will ich ganz kurz mein Outfit tauschen, denn das Matrosen-Outfit wollte ich eigentlich nur während meines Aufenthalts in Marmoria City tragen, das heißt jetzt werde ich es ändern und trage wieder mein Pikachu-Outfit und mein Pikachu trägt mein Trainer-Outfit So sind wir ein bisschen im Partner-Look, ja Wobei das Matrosen-Outfit war cool aber ich habe das gelbe Pikachu-Outfit jetzt auch nicht unbedingt so lange getragen muss man auch ganz ehrlich mal sagen Von daher, ähm, steht mir ganz gut, würde ich sagen Aber ich bin da offen für Kritik, wenn ihr sagt Mensch, Katze, ähm, ne Was ist denn euer Lieblings-Outfit? Matrose, Normal oder Pikachu? Schreibt's in die Kommentare Ich spreche hier vom Trainer-Outfit So, Georock nehme ich raus War ja eh nur für die Arena eigentlich gedacht Und ich nehme, Achtung, ich nehme Bisasam ins Team Oder was haben wir noch? Antons, wir haben ganz viele Antons noch Ja, wir nehmen Bisasam, ich habe es jetzt vergessen umzubenönen Ich werde das aber ganz kurz tun Normalerweise mache ich das immer vor einer Folge Jetzt seid ihr einfach mal live dabei, wo ich das ganz kurz mache Keine Sorge, geht's ziemlich schnell Brauch nicht lange Und zwar möchte ich wieder ein Dankeschön ausrichten An alle, die kommentieren Aber vor allem an die, die nicht nur jedes Video kommentieren Sondern alle auch sinnvoll kommentieren Die nicht nur schreiben, cooles Video Sondern, hey, ich fand das und das besonders toll im Video Und die nicht immer jammern und sagen Ich bin nie dran Sondern, ähm, ja Geduldig sind Wie zum Beispiel Verena Liebe Verena Du bist unser Bisasam im Team Und ich hole dich jetzt auch aus dem Pokéball raus Ich bin sowieso großer Bisasam-Fan Auch wenn Shigi mein Lieblings-Pokémon ist Ähm, aber ja Und Hamster-Stefan mal nach vorne Ich glaube, er ist jetzt stark genug Lass uns beide alles geben Okay? Okay 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 Irgendwie Komisch so, wie wir miteinander sprechen, oder? Wir sagen nur okay Okay Jetzt hör auf Okay, okay Ich hab gesagt, hör auf Also, ich mein Ja, du hast recht Ich sag nicht mehr Du weißt schon was Okay Oh, ich sag's uns auch noch Okay, Hamster-Stefan Kopfnuss-Attacke Fangen wir erstmal damit an Ja, war okay Mal sehen Wow Horn-Attacke ist ziemlich stark Hm Da rufen wir mal Verena, oder? Ich weiß nicht Normalerweise, hey Pflanzen-Pokémon Einen Rankenhieb Und Goldini ist weg Aber Bei dem Level-Unterschied Kommt natürlich auch auf die Statuswerte an Und auf die Generellen Werte Jetzt müssen wir ein bisschen Mathematik machen Meine Lieben Ähm Wir riskieren das mal Es ist ziemlich knapp Aber ich möchte es versuchen Vielleicht trifft Furienschlag nicht so oft Sollte das nochmal eingesetzt werden Ah, mach mal mal Egelsam Oh, Homie Achtung Gut, das reicht, das reicht, das reicht Oh, hab ich Glück Egelsam Und ich treffe sie sogar Supi-Dupi Goldini wurde bepflanzt Okay Hör auf, okay zu sagen Nein Ich hab zu dir gesagt Du sollst aufhören, okay zu sagen Ich darf das sagen Ach, diese Goldini-Kämpferin Ist auch ziemlich lustig Ähm Trank Ich brauch einen Trank, ja Wenn ich mit Gieselsam Weiterkämpfen möchte Brauche ich einen Trank Denn die Egelsamen allein Die werden hier nicht ausreichen So, aber jetzt Konzentration Wow Wie bitte? Zu viel? Ich bin jetzt etwas buff Oh, Verena Ich glaube, wir haben hier Etwas Probleme Ich weiß nicht Ob wir das irgendwie anders lösen können Nein Oh nein, es tut mir leid Mano Das passiert mir super, super ungern Und ich sag's euch Wenn das mal mit Pikachu Jemals passieren sollte Werde ich nie wieder Pokémon spielen Nein, weil Pikachu ist mein Starter Ich find, der Starter darf niemals K.O. gehen Ich weiß, es ist nur ein Spiel Man kann ins Pokémon Center rennen Aber nein Es ist der Starter Ich weiß, es klingt verrückt Und ihr sagt Katze Ja, beruhig dich Das Pokémon Center ist immer in der Nähe Stimmt Und ich habe auch Beläber Aber trotzdem Ich möchte es nicht enttäuschen Pikachu hat mich noch nie enttäuscht Versteht ihr? Wenn Pikachu mich enttäuscht, dann Das geht nicht Umgekehrt genauso Deswegen So, Donnerblitz Komm, wir brutzeln diesen Vogel Da hat die Picknickerin natürlich keine Chance gegen uns Tauboga wurde besiegt Okay So, mal sehen, was sie sagt Oh nein Das war zu viel des Guten Oh Die Arme Zwei Superbälle gibt es on top von ihr Mal sehen, was sie noch zu sagen hat Du hast wirklich sehr viel Talent im Umgang mit Pokémon Viel Glück auf deinem weiteren Weg Oh, danke Glück werden wir auf jeden Fall benötigen Na, hoppla Gegen den Wanderer haben wir, glaube ich, schon in der letzten Folge gekämpft Genau Okay, komm Oh, wie süß, wie Sam einfach hinterherläuft Hey, alles okay Verena sieht aus, als würde es jederzeit umkippen Oh nein, Verena, komm, wir beeilen uns Ich meine, normalerweise wüsste man nicht, was als nächstes kommt Ich kenne das Spiel ja Also nicht das Spiel, aber die alte Generation Deswegen weiß ich, dass gleich ein Pokémon Center kommt Und damit habe ich jetzt, muss man ganz ehrlich sagen, wirklich nicht viel verraten Ähm, ich werde nichts verraten Es gibt auch Sachen, die passieren anders im Spiel, als man es von damals kennt Und das Wasser schlägt sanfte Wellen Äh, aber, ähm, so gewisse Dinge Ja, weiß man, zum Beispiel Wo man als nächstes hin muss Ich weiß ganz genau, wo ich hin muss, um das Spiel durchzuspielen Aber man weiß ja nie Wow, Nidorina Oh, Nidorin No, also Nidoran So, jetzt habe ich es Und wieder in einen Nidorina reingelaufen Komm, das fangen wir auch Dann haben wir gleich zwei Können wir tauschen Bringt zwar nichts, aber Vielleicht entwickelt es sich, wenn man es zehnmal hin und her tauscht Weil beim zehnmal, ähm, ein bisschen die Essenz Kleine Kristalle eines Mondsteins dabei waren Ja, ich übertreibe jetzt Okay, das war knapp Komm, wir fangen das jetzt Einfach fabelhaft Nidorina, komm, bleib im Ball Du musst unserem Team angehören Du willst nicht, ne? Beinahe hätte es geklappt Aber Nidorina ist Oh, und springt hoch Hey, check meinen Bauch ab Juhu Bauch getroffen Bauchklatscher Komm nochmal Jetzt hoffen Hoffen und bangen Das gibt's nicht Ey, manchmal habe ich richtig Pech Wie geht es euch da, wenn ihr Pokémon fängt? Habt ihr da mehr Glück als ich, oder nicht? Bestimmt seid ihr da richtige Glückspilze Oh, es ist wieder gesprungen Und ich fange und werfe und nichts passiert Ja, wir haben's geschafft Nidorina wurde gefangen Das ist unser zweites Nidorina Vielleicht finden wir noch was anderes Tolles im Gras Marie-Louise Level 30, sehr schön Pikachu auch Level 30 Pikachu soll Donner erlernen? Donner hat nur eine Trefferquote von 70 Donner Blitz ist immer, in meinen Augen, die bessere Oder zumindest die sichere Variante Soll ich vielleicht Ruckzuck-Keep rausnehmen? Nein, brauche ich eigentlich auch, das ist Quatsch Ruckzuck-Keep, das hat mich, glaube ich, gerettet bei Major Bob Wisst ihr was? Ich habe TM Donner Blitz von Major Bob bekommen Deswegen nehme ich Donner Blitz raus Wenn Donner nie trifft Dann nehme ich Donner Blitz wieder drauf Aber ich will euch Donner auch mal zeigen Wie die Attacke aussieht im Spiel Von daher, alles cool Wir haben nichts verloren Donner Blitz kann jederzeit wieder auf Pikachu drauf So, was haben wir hier? Super Trank Okay Nehmen wir gerne mit Krabbi! Ein Krabbi! Schaut mal Krabbi, Krabbi, Krabbi Ein winziges Krabbi Hä, wo ist ein Krabbi? Ich sehe es nicht Es ist so klein Wow, gerade noch reingesprungen Vielleicht haben wir ja direkt Glück mit dem Superball Natürlich nicht Warum denn? Warum sollte man Glück haben? Nö, nö, mag ich nicht Ich mag kein Glück Das ist Achtung Konzentration Wow, wow Voll daneben geworfen Hier Komm, hier hast du eine Nana-Beere Und jetzt bewegt dich nicht so viel Ein schöner Schlenker nach links Und großartig war der Wurf So, hoffen, hoffen, hoffen Aber es sieht gut aus Yes Wir haben wieder ein neues Pokémon in unserem Team Zumindest in der Box Ein Krabbi, Level 20 Ziemlich hoch, muss ich sagen Höher als mein Blutzug Gut Ich wechsle auch ständig meine Pokémon aus Da kann man meine Level jetzt nicht unbedingt damit vergleichen Aber trotzdem Krabbi Krabbi, die Scheren dieses Pokémon bilden perfekte Waffen Im Kampf brechen sie zwar manchmal ab Wachsen aber schnell wieder nach Okay, cool Also Krabbi ist ein ziemlich tolles Pokémon, finde ich Die Entwicklung davon Noch viel besser Das beste Krabben-Pokémon Es gibt noch Ähm, hier Na, wie heißt es Aus der dritten Generation Hatte Ash auch im Anime Weiß nicht mehr, wie das heißt Ach, hier hab ich es echt vergessen Och, nö Na, egal Ibidak, wo fliegst du hin? Das ist Pokémon Center Team Rocket Ich fass es nicht Da ist doch diese kleine Göhre Die uns ständig dazwischen funkt Hey Jungs, Mädels Oh, hey Die kesseln mich ein Irgendwie hat niemand mehr Respekt vor Team Rocket Wenn das so weitergeht Können wir dem Boss nicht mehr unter die Augen treten Was bedeutet Dass dir jetzt eine ordentliche Abreibung bevorsteht Nein, Hilfe Sie wollen mich hauen Nicht so schnell Uah Wo ist denn jetzt los? Boah, die Musik Allein die Musik Ich krieg Gänsehaut Ihr rottet euch zu viert Gegen ein einzelnes Mädchen zusammen Das ist unverzeihlich Keine Ahnung, wer du bist Aber wenn du dich einmischst Machen wir dich auch fertig Ich übernehme die drei hier drüben Kümmerst du dich um den Hampelmann dort? Äh, ja Überlass ihn mir Ich mach das Die Antwort gefällt mir Packen wir es an Also, ich bin nie glücklich So wie er geschaut hat Wow, allein die Musik Oh, ich hab grad echt Gänsehaut bekommen Rüpel von Team Rocket fordert dich heraus Sehr gerne Was hat er denn? Ein Radikal Okay, Radikal Dem begegnen wir perfekterweise mit Hamster Stefan Der leider etwas angeschlagen Äh, ist er voll? Okay, er ist wieder voll Wahrscheinlich war, ähm, die Liebe Ich möchte ihren Namen noch nicht sagen Sie stellt sich bestimmt gleich vor So nett und hat sich geheilt Wow, Superzahn Ziemlich effektiv Ziemlich stark Aber, Karate-Schlag Haha Unterschätzt niemals Unseren kleinen Hamster Stefan Wow, Knirscher Ganz böse Ist aber nicht effektiv Wow, sehr gut Sehr gut Senkt nochmal Verteidigung Nicht schlimm Karate-Schlag Macht den Rest Wir haben Radikal besiegt Mein Kampf-Pokémon Macht Normal-Pokémon richtig platt Aber, naja Viel aushalten Tut unser Mankins auch nicht unbedingt Annalena erreicht Level 17 Sehr schön Sehr gut Ah, wie bringen wir das nur dem Boss bei? Tja Das ist dein Problem Du bist doch nur ein Kind Wie kannst du so stark sein? Wir waren zu dritt und hatten trotzdem keine Chance gegen dich Deine Eis-Pokémon sind viel zu stark für einen gewöhnlichen Trainer Wer bist du? Ich bin Lorelei von den Top 4 Wenn ihr wollt, kann ich euch auch in Eiszapfen verwandeln So wie eure Pokémon Du gehörst zu den Top 4? Oh In dem Fall Rückzug! Wow In dir steckt ein talentierter Trainer Du hast mich sehr überrascht Verstehe Du sammelst also die verschiedenen Arena-Orden Ich freue mich schon auf den Tag Indem du dich der Pokémon-Liga stellst Wir sehen uns wieder Lorelei, ich liebe dich Lorelei Bitte bleib hier Dieser Samen Hast du das gesehen? Verena spielt am Boden herum Verena Der Boden ist nicht so wichtig Lorelei war gerade da Hallihallo Willkommen im Pokémon-Center Wen haben wir denn hier? Ist Lorelei hier vorbeigekommen? Äh, hallo, willkommen Äh, Lorelei Moment mal Darf ich erst einmal deine Pokémon wieder heilen? Na gut, aber dann sagst du mir, ob Lorelei vorbeigekommen ist Nun ja, wie soll ich sagen? Lorelei? Ich kenne keine Lorelei Was? Lorelei von den Top 4 Was? Die Lorelei war hier? Äh, wo ist sie denn? Ich habe sie leider nicht gesehen Ja, okay, das reicht mir als Antwort Sie war also nicht im Pokémon-Center Na toll, Lorelei ist weg Ich hatte keine Verwendung für mein Nugget Deshalb habe ich es verkauft Und dafür sage und schreibe 5000 Poké-Dollar bekommen Oh, voll cool Mehr ist sie nicht, aber da ist ein kleiner Junge Alle reden davon, dass in Lavagna Gespenster die Unwesen treiben Hä, stimmt doch gar nicht Hier ist ein Magazin mit dem Titel Unheimliche Geschichten Möchtest du das lesen? Hm, okay Der Autor dieses Berichts möchte anonym bleiben Dieses Ereignis trug sich zu, als ich eines Tages den Pokémon-Turm aufsuchte Nach einem Besuch am Grab meines Pokémon wollte ich das Gebäude gerade wieder verlassen Plötzlich bemerkte ich, wie eine schattenhafte Gestalt mich verfolgte Ich rannte um mein Leben, um zu entkommen Doch schließlich holte sie mich ein Das nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, am Eingang des Pokémon-Turms aufgewacht zu sein Offenbar war ich zusammengebrochen Bis heute frage ich mich, was es mit dieser rätselhaften Begegnung auf sich hatte Wow, ziemlich mysteriös Und das soll in Lavandia passiert sein? Bald sind wir in der Stadt Ich bin ein Ast-Trainer und eine ganze Ecke stärker als der gewöhnlichen Pokémon-Trainer, den du sonst so über den Weg läufst Wenn sich dein Blick mit dem eines Ast-Trainers trifft, machst du dich besser auf einen harten Kampf gefasst Oder ich mach mich besser auf die Socken und renne weg Hallo Pokémon können unabhängig, ich meine abhängig von ihrem Typ im Kampf einen Vorteil oder Nachteil gegenüber ihrem Gegner haben Merkt ihr das? Okay, wo müssen wir eigentlich hin? Wir sind hier auf Route 10 Es liegt nahe, dass wir jetzt durch den Feldzunnel laufen Das ist also unsere nächste Station Denn dadurch kommen wir nach Lavandia Wo es angeblich Geister gibt Ob das wirklich stimmt, müssen wir erst noch herausfinden Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt Und hoffe, dass es euch genauso geht Was haben wir denn hier so Schönes? Oh, da sind wieder natürlich ein paar Trainer aktiv und unterwegs Oh, und da ist ein Pokéball Fünf Pokébälle gefunden Ja, sehr schön Perfekt für die Höhle Denn da werden wir sicherlich mehr finden Feldzunnel, Umleitung nach Lavandia So Pikachu, ich meine Ja, Pikachu und wir zusammen Seid ihr bereit für den Feldzunnel? Da wird unsere Reise weitergehen Doch was genau wird uns im Feldzunnel so begegnen? Seid ihr auch schon gespannt? Wenn ihr sehen wollt, was passiert Tippt rechts oben auf das Video Und ihr kommt zur nächsten Folge Und nicht vergessen den Kanal zu abonnieren Würde mich sehr freuen Katztastisch!